wie schmeckte die ersten kurken die sind super ich habe jetzt auch gedacht mensch haben gestern so viel werbung abends gemacht und gucken und jetzt haben wir die schon auf die sind so lecker die ganze gar kein brot mehr aber ich habe auch frische butter noch geschlagen gerade frische ziegenbutter ich nehme noch die hier damit die verbraucht ich habe direkt frische mehr gibt also diese gruppen das ist der knaller und dann noch vielleicht ich habe jetzt hier pastete würde ich auch noch mal probieren die so schön cremig schneiden kann die ist richtig cremig super das ist nur weil du geschlachtet hast aber wie kriegst du die so cremig hin sonst wäre das doch bröckelig noch ein bisschen wasser oder fett drin wasser ein bisschen wasser ja später beim braten aber du sagst ich bin so toll toll ich habe die ich glaube ich habe die nicht gesalzen das löse ich ganz einfach bei dieser hitze ist das ganz schön gefährlich sache nicht zu sagen doch nicht lange die sind in drei tagen aufgegriffen wenn wir schon besorgen kaffee liebe freunde erschreckt euch nicht dass es sahne das ist sahne aber nicht die sahne vom kühlschrank sondern die sahne die hier war da wo ich schärfe machen wollte sehr gut neuen käse gemacht neue busser es ist wirklich also und dann hier das ist jetzt so eine reiche zeit da schätzt man dass man das dieses selbstversorgerleben sich aufgesucht habt und leute wenn ihr selbst nur einen kleinen garten habt oder sowas oder wenn man diese gurke rein weiß wie das knusprig ja und selbst wenn wenn ihr jetzt sagen wir mal einen kleinen garten oder auf dem balkon und macht jetzt ja das lohnt sich einfach man freut sich dass er selbst wenn man nur eine gurke hat ja und das blöde ist natürlich wo ich immer daran denke dass das in deutschland so teuer ist alles das ist ein bisschen diese erde sich zu besorgen und alles also aber trotz alledem ist das ein schönes hobby wirklich wenn man so was macht oder tiere selbst wir hatten damals nur eine katze auf dem balkon in düsseldorf aber das hat schon spaß gemacht aber lange waren werden ich in düsseldorf ich wollte ja immer nach hause nach hause nach hause nach hause ich bin liebe freunde ich bin so nervig mein armer mäuschen hat immer er wollte in deutschland leben und ich ne ukraine 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 nach hause nach hause nach hause heimweh und der arme mäuschen musste dann mit mir gehen wo wir sind die eier innen drin das ist wichtig feedback weiß also nicht flüssig aber weiß ich mag das auch wenn die sie sind perfekt wir sind so wie du die magst dann ist die alle schon auf wie viele hast du noch noch als nur drei gehabt morgen mache ich dir vier eins mehr dann hast du nicht weil ich muss sie ja du hast hier auch noch weißt du noch die pastete gemacht aus dem fisch lachsbutter haben gesagt brutto noch ein stück essen schatz du bist der beste also zwei oder drei brot dann bin ich immer satt also mit gurken geht alles bei der hitze ist von sowieso weniger hitze ist sehr schlecht sieht man nichts ich mache solche experiment mit kamera ja weil du musst licht an machen wir sitzen aber immer hier so morgens ich schaue dein bier video an du kannst keine einzige film wird gemacht mit natürlichen nicht außer wenn du jetzt draußen bist draußen geht aber die alle produktionen film produktion ist die wahrheit ist ganze dorf hat jeden tag kein strom mehr wir haben strom merken das gar nicht aber merken schon ein bisschen zum beispiel nur manchmal wenn du den wasser kocher an einem toster plus dann noch was wollen ist es zu viel wir müssen eigentlich noch ein akku oder sogar zwei gerade noch mixer angehaben wollte mutter sagen ich habe mit dem mit dem mann gesprochen der uns das hier gebaut hat die solaranlage sagte mal ich halte auch mal und er hat mir erklärt wenn man noch akkus dazu kauft dann steigt die nicht nur die reihe also die länge wie man wie lange man strom hat aber auch wie viele geräte man gleichzeitig benutzen kann was los wenn du mehr akkus hast umso stärker ist der strom verkaufen ich habe den ja gefragt er hat mich doch gar nicht angerufen ich habe den doch gefragt und er hat mir das erklärt ich habe gesagt schicken mein angebot habe bis heute nicht gemacht er will überhaupt nichts er hat genug arbeit ich habe den gefragt er hat sich der zeit für mich genommen sogar nicht alle leute wollen an dir verdienen ja ist so ich bin so skeptisch zu skeptisch aber ich habe es gibt einfach auch mal nette leute ja ich wollte gerade sagen durch diese youtube habe ich gesehen es gibt so viele liebe zuschauer die wünschen uns alle dass wir das schaffen die schicken uns mal ein nettes wort ja sogar geld aber ja danke danke vielen dank für kaffee haben uns geschenkt dass wir warten noch aufs ab geht wahrscheinlich ist es jetzt wo das video ausgestrahlt wird schon da nein die hat uns doch schon für kaffee geld geschickt das auch ja das wollte ich jetzt nicht vergessen das stimmt sandra ich würde dir gerne die gurken schicken aber du hast bestimmt ja auch gurken weil du so fleißig bist ja fast fünf kinder fünf die haben auch im bauernhof wie schön dann hast du ja viel hilfe im bauernhof jedes kind macht eine arbeit die machen arbeit weiß ich nicht aber gut wenn du die kinder gut erziehst die helfen natürlich mit klar schade wir haben keine kinder ganze arbeit müssen alleine machen so ich trinke mir jetzt mal noch ein schluck kaffee und appetit hier weiter so die glücke möchte sich auf die eier setzen ist aber eine etage zu tief gucken was ihr jetzt macht ja eine etage höher eine etage höher musst du gehen das meckern hilft dir nicht nein das ist falsch da sind doch keine eier dafür doch auch selber da oben sind die hier eine hopp hopp einmal hopp und einmal hopp jetzt kannst du zu dir kommen umdrehen und umdrehen wollen wir sie nicht erschrecken luki setz dich rum dreh dich um und geh rein und setz dich ein anderer auf deine eier hopp jawohl sehr gut liebe freunde liebe zuschauer was mache ich heute zum mittagessen ich habe hier gerade in meinem kaffeemaschine ein eine ladung kaffee gemahlen normale haferflocken normale billige haferflocken die man nimmt für drei habe ich gemahlen in meiner kaffeemaschine jetzt kommen da vier geriebene und ausgepresste zu kines vier große geriebene und ausgepresste zu kines zu kinesaft habe ich ausgetrunken der war lecker wie habe ich den saft gemacht einfach zu kines gerieben und hier ab tropfen lassen ab tropfen lassen jetzt kommen kommt das in meiner gase meine super gase für alles zeige ich gleich vier schöne zu kines gerieben ausgepresst die kommen jetzt zu diesem mail zwei eier salz pfeffer jetzt durchmischen und braten lecker liebe freunde schon habe ich die fahne meine mischung ist fertig und heute brate ich im olivenöl olivenöl von aldi von deutschland ich habe die in einer schublade gefunden olivenöl und ich war so glücklich dass meine letzte flasche aus deutschland fahne schon langsam heiß hier mache ich blumenkohl noch mit erbs diese erbsen sind schon gewachsen weil ich hatte die im kühlschrank alle geschälten schon eingefroren aber die habe ich im kühlschrank in einer tüte gehabt ich gucke heute die wachsen schon im kühlschrank gewachsen wenn die fahne heiß ist ich erhitze die ein bisschen schneller dann kann man das wunderbar braten und mein schatz hat schon lange die bestellt heute mache ich ihm die ah warum ich brate heute nicht im schweineschmalz sonst immer im schweineschmalz brate ich alles aber heute liebe freunde haben wir 36 grad 36 grad habe ich gedacht mach heute mal ein bisschen leichter ich habe sowieso dazu noch paar rippen von gestern und zucchini saft war lecker den habe ich den ausgepressten saft habe ich schön ausgetrunken warum ich die so groß mache liebe freunde weil ich will schneller fertig werden mit dem braten ich muss ja noch die rippchen ich muss ja noch die rippchen ich muss ja noch die rippchen wärmen zudecken ich mache zudecken ich denke zudecken schadet nicht so so schon umgedreht die andere Seite lange braucht man die nicht braten das sind nur vier Zucchinis schön ausgepresst ähm ich würde sagen in meiner Kaffeemaschine das waren wie viele Haferflocken nicht viel nicht viele Haferflocken ich würde sagen mein Rezept 80 80 Gramm 80 Gramm 80 Gramm Haferflocken und zwei Eier Salz und Pfeffer fertig so Braten Böllerchen nehmen hier wärme ich schon die Rippen und hier Gemüse so Mittagessen fertig gleich und mein Schatz der telefoniert dann noch mit seinem Papa oder mit seinem Freund und dann freut er sich gleich ich freue mich über eine Sache riesig 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 dass ich in einer Schublade oben neue Schubladen schon habe ich so ein bisschen so geguckt und da war noch Olivenöl von Deutschland wow deutsche deutsche Geschmack lecker gibt es heute zum Nachtisch liebe Freunde ich habe auch in meiner Kaffeemaschine ganze Packung Erdnüsse gemahlen zu den gemahlenen Erdnüssen einfach nur Honig fertig das ist unser Nachtisch solche Chalwa und paar Äpfelchen essen wir auch gereben so alles wartet auf meinen Schatz aber er telefoniert immer noch und ich habe gesagt Schatz komm 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 aber der sagt nee 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 ich muss noch telefonieren das ist auch schon fertig das ist alles schön fertig für ihn das nehme ich noch raus und in die letzte Fahne gebe ich kein Öl mehr weil na wofür das sparen und ich mache noch so einen letzten dicken Fertig unser Mittagessen aber liebe Freunde das ist so lecker das ist so so lecker mit Knoblau das ist Wahnsinn ich esse hier schon alleine ohne meinen Schatz der ist nicht da ich gehe nochmal im Zeichen machen das her kommen soll solange es heiß ist noch Gurke eine nur Gurke gelassen vom Frühstück so lecker waren die so lecker waren die euch liebe Zuschauer wünsche ich auch guten Appetit bei allen leckeren Sommersachen danke fürs Zuschauen vielen Dank für ihre Zeit die Essen fertig ja jetzt hast du den Pullover da ne alles gut guck mal das sieht aber richtig gut aus deine leckeren Liegelenksachen boah da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet probleme ja sehr gerne na gut die habe ich ja gestern gemacht schon mit gerechnet nass geworden bisschen nur so ich habe gerade noch eben was versteckt sehr gut und wir schmecken die Zucchini Sachen aber lecker lecker ja nur Zucchini nur Zucchini mhm mhm zart lecker und dann Blumenkohl noch mhm mit Butter hast du gemacht mit Butter genau geraten das schmeckt aber wirklich gut und was was schmeckt am besten alles zusammen so dass diese dass man alles zusammen hat ja ja mhm kannst ja jetzt nicht sagen dass Fleisch besser ist wie das mhm Quatsch vergiss nicht den Salat und ich liebe dich sehr vielen Dank ich fühle mir dich Schatz deswegen weil ich wollte zeigen wie süß du bist dass du noch Karolchen dabei das schmeckt ja gut also Salatchen welcher dumm will ich das nicht essen will ja guter Junge das ist eine Delikatesse also eine Karotte mhm das schmeckt nach Karotte mhm das schmeckt nach Karotte nur so aber Karotte schmeckt immer nach Karotte naja also nicht immer ich muss ja sagen wenn ich auf die Arbeit gehe ja dann hole ich mir Tomaten im Supermarkt und Karotten und alles so fürs Frühstück weißt du so oder Salat ja einfach so das schmeckt nicht ja mhm also nicht so wie hier nicht so intensiv mhm 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 danke danke du bist aber auch ideal mhm also hier ähnlich nur mal ein Beispiel das Essen mhm danke super noch einen hab ich hier hier sind auch noch welche ja nehmen das ist hier habe ich letzten gemacht schon ohne Öl um Olivenöl zu sparen und sind die lecker du hast mich schon lange gefragt wann machst du Zucchini Reibekoche deine weil du die wolltest so zart die Rippen auch so saftig ja also Fleisch so gut gegrillt mhm mhm ja das war aber auch der Trick ich freue mich das ich habe sie wirklich nur ganz wenig gegrillt nicht so viel da also mit wenig Feuer und hier haben wir nur noch nachgewärmt ja genau und du hast es nochmal nachgewärmt und dadurch dadurch perfekt das ist das Gute geworden mhm knusprig aber zart ja aber nicht zu aber ein bisschen knusper hat und scharf mhm Chili ein bisschen du hast eine sehr gute Marinade gemacht mhm süßer mhm schön dass es regnet freue ich mich richtig auch für die Ziegen es war schon 36 Grad ja es ist zu warm haben die mir heute erzählt die Nachbarn ich habe hier nicht geguckt die Nachbarn haben gesagt 36 Grad es war wirklich nur unangenehm schon mhm für alle Tiere ja die gehen auch gar nicht weg oh wo ist dein Bierchen Hörgarten habe ich vergessen mhm Budget dann gehe ich mal holen mhm das passt doch gut dazu oder ja klar wir müssen einmal ein Bier holen mhm 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 kann ich ich kann dir nicht zeigen drin frisch und saftig mhm 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 so süß wie ich mich freue wenn die kinder mama haben und wenn die gesund sind aktiv es gibt nichts schöneres wenn die kinder ihre mama haben sehr sehr schön schlaft und du frisst deine blättchen ist fleißig habt ihr frisches wasser gegeben den geht auch immer noch ein klein verklebt muss ich doch mal machen muss ich noch mal mit molke machen der arme liebe zuschauer meint er dass die molke hilft oder nicht die eier hat auch geklappt da sehe ich schon drei und vierte ist gerade drunter gegangen ich lasse euch jetzt alleine die hat noch eier zwei sind leer auf jeden fall aber die hat dann noch der elvis heute beschwert sich ich gehe die gleich abmachen beschwert sich weil wir nicht angebunden werden sondern will auf alle ziegen sprengen und 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 und